Es wird Zeit, eine Alternative zu suchen. Eine Alternative zum klassischen Häuserbau. Eine Alternative, die keine hohen Kredite und jahrelange Bauzeiten benötigt. Eine Alternative, die flexibel, ökologisch und preiswert ist. Diese Alternative heißt Komothaus. Es ist das Haus für alle, die ihre Freiheit lieben. Das Komothaus lässt sich durch seine einzigartige Modulbauweise an jede Lebenslage anpassen. Der Standort und die Größe können ganz einfach geändert werden. Das Komothaus kann mit einem mitwachsen und sich bei Bedarf auch aufteilen. In einer Welt, in der das Tempo immer schneller wird und das Planen immer schwerer fällt, braucht es eine flexible Lösung. Das Komothaus räumt mit alten Wohnkonzepten auf und schafft Raum für Individualität und Freiheit. Es ist an der Zeit zu fragen, welche Zukunft wir uns bauen wollen. Wollen wir auf den alten Wegen bleiben, bis es nicht mehr weitergeht? Es gibt eine Alternative. Eine Alternative, die aus gesunden, wiederverwertbaren Baustoffen besteht. Eine Alternative für eine nachhaltige Zukunft. Komothaus. Flexibel. Ökologisch. Preiswert.